Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht wieder um Endspiele und heute soll es ums Mattsetzen mit Läufer und Springer gehen. Letzte Woche haben wir bereits das Mattsetzen mit zwei Läufern angeschaut. Falls ihr gar nicht wisst, wie das geht, rate ich euch damit anzufangen. Ich verlinke euch das gern hier oben. Wenn ihr bereits wisst, wie das geht, dann könnt ihr das natürlich auch ignorieren und einfach direkt mit diesem Video anfangen. Ganz wichtig beim Mattsetzen mit wenig Material ist immer, dass man sich vorher fragt, wie sieht denn das Matts Bild aus? Und ich glaube, das Matts Bild, das wir mit Läufer und Springer anstreben sollten, sieht so oder so ähnlich aus, wie wir es hier sehen. Was ist an dieser Stellung wichtig? Also erst einmal der schwarze König steht in der Ecke. Wir setzen den König immer in der Ecke matt. Das ist das erste, was wir uns merken müssen. Dann müssen wir uns merken, die Ecke sollte die Farbe des Läufers haben. Hier ist der Läufer Weißfeldrick, das heißt, er kann Schach geben, wenn der König in der Ecke steht und das ist dann matt, wenn die anderen beiden Figuren die umliegenden Felder decken. Der Springer verteidigt hier das Feld auf B8 und der König das Feld auf A7. Das Ganze würde natürlich auch funktionieren, wenn der Springer auf C8 stünde und der König auf C7. Das wäre dann eben einfach nur gespiegelt. In welcher Ecke könnten wir hier noch matt setzen? Natürlich in der Ecke auf H1. Okay, ich hoffe, ihr habt das Mattbild verstanden. Der Läufer muss natürlich auch nicht auf C6 stehen. Wichtig ist, dass der irgendwo auf dieser Diagonale steht. Oft ist weiter weg sogar besser. Denn je weiter er weg steht, desto schlechter kann er vom gegnerischen König angegriffen werden. Und das kann praktisch durchaus hilfreich sein. Okay, wie auch immer, starten wir mal bei dieser Stellung. Und hier möchte ich euch als erstes das Standardverfahren zeigen, so wie ich das gelernt habe. Und zwar habe ich gelernt, dass man als erstes ein Sandwich braucht. Ihr fragt euch jetzt sicher, was haben Läufer und Springer mit einem Sandwich zu tun? Also ich habe das bei Fritz und Fertig gelernt. Wer von euch das kennt, sehr cool. Kann ich ehrlich gesagt empfehlen. Also für Kinder, aber auch die Sachen, wie sie erklärt werden, sind auch für Erwachsene nicht schlecht. Die Grafik ist natürlich eher für Kinder. Aber wie auch immer. Wie ihr seht, der König ist schon am Rand, steht aber in der falschen Ecke, denn wir haben ja einen weißfeldrigen Läufer und wir haben gesagt, da muss er in die weißfeldrige Ecke. Deshalb versuchen wir ihn jetzt als erstes einmal dahin zu jagen. Und tatsächlich wäre das klassische Sandwich, so wie ich es gelernt habe, mit dem König auf F8. Der Läufer und der König würden dann quasi die Brotscheiben darstellen und der König den Salat und der Springer das Burger Patty, wie auch immer. Ihr könnt euch das jetzt vorstellen. Manche von euch wissen vielleicht, was ich meine, aber ihr müsst euch das auch nicht unbedingt merken. Wichtig ist erstmal, wir wollen den König nicht nach H8 lassen. Wir wollen ihn natürlich auch nicht nach H7 lassen, sondern wir wollen, dass er in Richtung A8 läuft. Deshalb nutzen wir jetzt einen Abwartezug. König F8 und jetzt ganz wichtig, wir wollen nicht, dass der König zurück in diese Ecke läuft, denn da können wir ihn nicht matt setzen. Das ist übrigens auch was, was ihr euch als Verteidiger merken solltet. Versucht immer in die Ecke zu laufen, die nicht der Farbe des Läufers entspricht. Ihr könnt so theoretisch nicht verhindern, dass ihr matt gesetzt werdet, aber ihr könnt es hinauszögern und gerade wenn euer Gegner nicht ganz genau weiß, was man da macht, können 50 Züge für Läufer und Springer matt auch recht wenig sein. Läufer H7. Wie gesagt, man verhindert, dass der König zurück nach G8 läuft. König E8. Und nun kommt das W-Manöver. Das W kann man sich, glaube ich, gut vorstellen. Der Springer geht im W und zwar ist seine Aufgabe immer zu verhindern, dass der König rausläuft. Starten wir mit Springer E5. Das ist der Anfang vom W. Ich habe eben gesagt, es ist eigentlich am schlauesten, immer in die Ecke zu laufen, in der man nicht matt gesetzt werden kann. Hier vereinfacht es aber die weiße Aufgabe ein wenig, denn weiß kann Schach geben. König E8, König E6. König F8 ist nicht möglich. Und nach König D8 folgt König D6. Nach König E8 Achtung. Der Springer verteidigt F8, aber F7 muss verteidigt werden und natürlich soll der König auch in Richtung A8 gedrängt werden, deshalb Läufer G6 Schach. König D8 und nun wird das W fortgesetzt. Nicht vergessen, der Springer kam hier von F7 und ist nun schon auf C5. König C8. Hier hat weiß mehrere Optionen. Mir gefällt Läufer E8 ganz gut. Der Läufer wird nun an den Damenflügel überführt. Nach König D8 kann man einfach nach B5 gehen. Der errichtet hier eine schöne Blockade und nach König C8 ist Läufer D7 sehr hübsch. Hier sehen wir gleich auch noch mal ein weiteres Matt-Motiv. König D8 geht jetzt gar nicht, denn zum Beispiel Springer E6 setzt Schachmatt. Und nach König B8 kann eben König C6 folgen. Und hier schauen wir gerne noch mal, wie es weitergeht. Sagen wir, es folgt König A7. König C7. König A8. Und hier würde ich persönlich als erstes einmal Läufer C8 spielen. Was ist die Idee? Die Idee ist, dass der König nun auf gar keinen Fall mehr rauslaufen kann. Er ist auf A8 gefangen. Und jetzt müssen wir uns einfach überlegen, wo wollen wir unsere Figuren haben und haben unendlich viel Zeit, um die dort hinzubringen quasi. Wir sehen hier, der Springer soll ja am Ende A7 decken. Das heißt, wir sollten ihn entweder nach C6 oder nach C8 bringen. Okay, schauen wir mal, wie das geht. Weiß kann... Ah, Schwarz ist am Zug. Schwarz spielt König A7. Okay, der Springer möchte nach C6. Sagen wir, Springer D3. Und Springer E5. Und nach König A7 folgt Springer C6 Schach. König A8 und Läufer B7. Ja, hier sieht man, der Springer verteidigt wieder das Feld A7, der König das Feld B8. In dem Fall tut das natürlich auch der Springer. Und jetzt ist es Schachmatt. Das heißt, wenn der König zurückläuft, können wir wirklich alles nach Schablone machen. Mit dem Springer das W, mit dem Läufer verhindern, dass der König auf der Seite von der H8-Ecke rausläuft und dann gewinnt man. Was aber noch ganz wichtig zu wissen ist, ist, was passiert, wenn der König hier weiterläuft. Denn jetzt ist ja erstmal Schluss mit dem W. Hier laufen wir einfach hinterher. Und nach König C7 hier gibt es einen Zug, den wir unbedingt kennen müssen. Man kann hier eine Art Box errichten, damit der König nicht weiter rausläuft. Denn hier kann man auch in Panik geraten und denken, jetzt ist der König entkommen. Man hat hier aber den Zugspringer D7. Das verhindert erstmal, dass der König nach B6 und auch nach C5 kommt. Nach C5 kann er jetzt noch nicht, aber nach König C6 könnte er dahin. Und nun Läufer D3. Hier, ja, also diesen Zugspringer D7, den sollte man sich wahrscheinlich merken. Das Motiv, das ist ganz wichtig. Läufer D3 findet man dann auch, denn man muss ja nur schaffen, den König einzusperren. Und nach König C7, damit nicht König D6 folgt, kann man Läufer E4 spielen. Bzw. man kann auch Läufer B5 spielen. Läufer B5 ist vielleicht leichter, weil das auch A6 verteidigt. Und der König ist wieder, ja, im Prinzip in der Ecke gefangen. Er hat jetzt hier nur noch wenige Felder zur Auswahl. Nach König D8 ist vermutlich Springer F6 am leichtesten, denn nach König C7 hat man nun Springer D5. Und dann kann man den König ranbringen. Der Läufer verteidigt den Weg in die Ecke und wie wenn Mattsetzen haben, wir schon gesehen. Deshalb schauen wir vielleicht noch König B7 an. König D6, König C8. Und hier gefällt mir Springer C5 sehr gut, denn nach König D8, wenn ihr euch an das W erinnert, ja, der Springer kam von hier, hier, hier. Wie geht das W weiter? Auf B7, genau. König C8, König C6, König B8, König B6. Und hier kann Schwarz sich aussuchen, sagen wir König C8. Hier ist wieder ganz wichtig, wir brauchen einen Abwartezug und wollen nun verhindern, dass der König in die Ecke H8 läuft. Deswegen hat er jetzt nur noch zwei Felder zur Auswahl und wieder sollte man sich fragen, wo möchte man die Figuren gern stehen haben? Hier könnt ihr auch gern mal kurz das Video anhalten und euch überlegen, wie ihr Mattsetzen würdet. Diese Stellung ist tatsächlich Matts in 3, das kann man also auch ausrechnen. Und ja, wir haben gesagt, der Läufer soll am Ende auf dieser diagonale Schacht geben. Das heißt, als erstes sollte der Springer von da weg und der muss ja das Feld B8 verteidigen und nun wäre es Matts. Okay, soviel zum Mattsetzen, wenn der König bereits am Rand steht und dann nur noch in die andere Ecke gejagt werden muss. Natürlich hat man oft nicht den Luxus, dass man in so einer Stellung anfängt und muss dann eventuell erstmal den König an den Rand drängen bzw. in die Ecke drängen. Hier steht der König gerade am Rand, aber das Problem ist, dass unsere Figuren so weit weg stehen, dass er nicht zwangsläufig dort bleiben muss. Und hier, also es gibt hier keinen einen Weg, um das zu tun. Aber ich möchte euch auch hier wieder ein paar Tipps an die Hand geben, weil ich auch oft feststelle, dass Leute sich da schwerer tun, als es sein muss. Grundsätzlich solltet ihr immer als erstes euren König aktivieren. Das habe ich auch schon im letzten Video zu dem Zwei-Läufer-Mat gesagt, denn der König ist eine sehr langsame Figur. Er kann aber den gegnerischen König gut abdrängen, denn die beiden können ja nicht direkt nebeneinander stehen. Also zum Beispiel König E2, König D7, König D3, König D6, König E4. Erstmal ins Zentrum. Da muss man sich auch gar keine großen Gedanken machen. Einfach erstmal ins Zentrum, denn von dort kann der König in alle Richtungen recht schnell laufen. König C5 zum Beispiel und Springer D2. Nun kommt der Springer, denn der ist auch etwas langsamer als der Läufer. König D6 und hier gefällt mir Läufer C4. König C5, König E5. Und hier haben wir schon eine sehr schöne Barriere aufgebaut, ohne dass wir uns darüber viel Gedanken machen mussten, sondern einfach nur, weil wir unseren König zentral gestellt haben und dann unsere Figuren entwickelt bzw. aktiviert. König C6. Hier gefällt mir Läufer D5. Was ist die Idee von Läufer D5? Naja, die Idee ist, dass nach König C5 weiß sich nun überlegen kann, was man zieht, denn im nächsten Zug muss der König weiter in Richtung Rand. Und hier kann man sich schon mal überlegen, wo wollen wir den König eigentlich haben? Okay, wir wollen ihn auf jeden Fall am Rand haben, aber wir sollten auch verstehen, dass er optimalerweise am Ende auf A8 steht. Deswegen können wir Springer B1 spielen und schon mal den Weg zur A1-Ecke abschneiden. Nach König B4 folgt König D6. Ja, nach wie vor, der schwarze König ist so ein bisschen in einer Box gefangen. Und nach König B5 gefällt mir Läufer E6 ein Abwartezug. Nach wie vor sind natürlich diese Felder blockiert. Schwarz sollte weiterhin versuchen, in die A1-Ecke zu kommen, aber nun kommt der König dazu. Und der schwarze König muss jetzt wirklich an den Rand gehen, zum Beispiel nach A5. Und hier gefällt mir König C5. Ja, aus meiner Sicht ist König A4 der logischste Zug. Wie gesagt, das sind alles Beispiele. Es ist in diesen Stellungen unmöglich, jede einzelne Variante zu zeigen, beziehungsweise, ja, das bringt auch nichts. Es ist wichtig, dass ihr die Ideen versteht. Also versucht hier auch gern öfter mal einfach zu überlegen, wie würdet ihr es machen. Ganz wichtig, der König soll nicht hier rauskommen. Das heißt, wir benutzen einen Abwartezug und nach König A5 Läufer C6. Ja, jetzt ist der König hier auf jeden Fall eingesperrt. Hier kann er auch nicht mehr raus. König A6 und nun muss der Springer natürlich irgendwie rangeholt werden. Genau, ich habe jetzt König A5 angeschaut. Wir können vielleicht auch gleich noch schauen, was passiert, wenn der König nach A7 geht. Sagen wir König A5. Hier wird es jetzt recht einfach mit Schach. König A6 und hier gefällt mir König D6. Der Springer und der Läufer, die decken hier sehr gut die Felder. Deswegen kann der König nicht aus der Ecke raus und nach König A7, König C7, König A6 brauchen wir wieder einfach nur einen Abwartezug. Zum Beispiel Läufer A4 und Läufer B5. Das müsst ihr euch unbedingt merken. Der Läufer sollte die weißen Felder vom König abschneiden, sodass der nicht aus der weißfelderigen Ecke rauslaufen kann. Und nach König A8 hier geht es jetzt auch wieder mit Schachs matt zu setzen. Das dürft ihr natürlich auch gerne ausrechnen. Sprenger B6, König A7 und Sprenger C8 ist alles mit Schach und Läufer C6 wäre wieder das Mattbild, was wir bereits kennen. Wir wollten ja auch noch König A7 anschauen. Einfach so als Beispiel. Und genau, hier würde ich, ich muss mal kurz überlegen, ich möchte euch natürlich auch möglichst den kürzesten Weg zeigen. Ich glaube, mir gefällt hier König D6 sehr gut. Die Idee ist, dass nach König B6 Springer C4 Schach kommt. Wieder sind hier alle Felder verteidigt und der König muss im Prinzip zurück an den Rand. Und nach König C7 hat Schwarz nur einen Zug, König A6. Und hier wieder ganz wichtig, der Läufer sollte natürlich dauerhaft nicht die Ecke kontrollieren, denn unser letzter Zug sollte ja eigentlich ein Läufer-Schach sein, wenn der König auf A8 steht. Das heißt, wir sollten ihm nicht den Weg dorthin verwehren. Deshalb einfach ein Abwartezug, König A7. Und nun Läufer B5. Und hier haben wir die gleiche Stellung, wie wir eben schon gesehen haben. Mit dem Matt. So, das waren die beiden Beispiele, die ich zeigen wollte zum Matt setzen mit Läufer und Springer. Versuchen wir auch hier wieder das kurz zusammen zu fassen. Als erstes, der König muss an den Rand gedrängt werden. Dazu solltet ihr immer zuerst euren eigenen König aktivieren, denn euer eigener König ist einfach eure langsamste Figur. Dann sollte der Springer kommen und der Läufer kann dann auch sehr gut helfen, den König an den Rand zu drängen. Ihr müsst nicht immer den genauesten Weg finden, aber ihr solltet den König natürlich trotzdem näher an den Rand kriegen, denn 50 Züge sind am Ende auch eine begrenzte Anzahl. Aber normalerweise schafft man das auch, wenn man mehrere ungenaue Züge wählt. Was sollten wir uns noch merken? Wenn der König am Rand steht, dann müssen wir ihn in die Ecke jagen. Dabei soll er in die Ecke vom Läufer. Das heißt, der Läufer setzt am Ende schachmatt. Das bedeutet auch, dass der Läufer natürlich möglichst diese Ecke nicht dauerhaft blockieren sollte, denn da soll ja der schwarze König irgendwie hin. Für das Mattbild ist wichtig, Springer und König kontrollieren die andere Felderfarbe. Das heißt, auch der Springer sollte dann für das Mattbild auf der gleichen Felderfarbe stehen wie der Läufer. Das ist wichtig. Das W-Manöver solltet ihr euch unbedingt merken, dass der Springer immer die Felder des Königs wegnimmt und der weiße König dann hinterherkommt und der Läufer verhindert im Prinzip nur, dass der König in die schwarzfeldrige Ecke läuft bzw. in die andere Ecke. Und das Letzte, was ihr euch merken solltet, was wir im vorherigen Beispiel gesehen haben, da möchte ich einfach nochmal das Diagramm zeigen, weil ich glaube, dieser Zug ist wirklich wichtig und da habe ich auch eine ganze Weile gebraucht, um mir den zu merken. Wenn der König versucht rauszulaufen, dann haben wir diesen Zug. Springer D7, der verhindert, dass der König auf die schwarzen Felder rauskommt und dann sperrt der Läufer ihn wieder völlig ein. Das heißt, er ist hier nicht entkommen und das W funktioniert tatsächlich. Auch hier kann ich euch wie bei dem Video mit den zwei Läufern nur empfehlen, üben, üben, üben. Das muss man vermutlich auch einmal öfter üben als das Mannsetzen mit zwei Läufern, könnte ich mir vorstellen. Aber am Ende, also wenn ihr euch dieses Video anguckt, kann das natürlich hoffentlich helfen, damit ihr versteht, wie es geht. Aber am Ende muss man das immer selber machen, denn wenn ihr das nicht selbst übt, dann hilft es euch nicht, dass euch das mal jemand erklärt hat. Das kriegt ihr dann nicht hin in der Partie. Also sucht euch einen Trainingspartner oder nehmt auch gern LeadChess, Chess.com, was auch immer. Baut die Stellung auf, spielt das gegen einen Computer. Gegen einen Menschen ist meistens noch besser, denn da könnt ihr dann auch ein bisschen diskutieren, was ihr vielleicht anders gemacht hättet. Auch Farben tauschen, eben auch mal versuchen, sich zu verteidigen, was man natürlich objektiv nicht kann, wenn der Gegner alles richtig macht. Aber man kann es dem Gegner schwerer machen. Und genau, dann übt das. Übt das am besten nach diesem Video, dann in einer Woche, in einem Monat, vielleicht in einem halben Jahr. Wenn ihr es dann immer noch könnt, dann vergesst ihr es nicht mehr. Dann habt ihr es drauf und könnt das auch in jeder Partie anwenden. Ja, ich hoffe, dieses Video war hilfreich. Lasst mich gern wissen, ob ihr noch andere, ja, Mat-Motive sehen wollt oder ja, auch einfach andere Endspiele. Ich habe da schon einige Anregungen bekommen, da ist auch noch etwas, einiges geplant. Aber natürlich möchte ich gern wissen, was euch noch so interessiert, welche Endspiele haltet ihr für wichtig, was gibt es vielleicht noch nicht auf YouTube und was würdet ihr gern mal von mir erklärt haben. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!